Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eigentlich nur eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Jeder kann selbst bestimmen, ob das Bild in soziale Netzwerke gelangt oder auch veröffentlicht wird. Im angloamerikanischen Rechtsraum ist das nicht so streng wie im europäischen. Dort kann man Bilder leichter veröffentlichen bzw. auch Videos. Bei Modelverträgen gibt es besondere Regelungen, aber das hängt je vom Vertrag ab. Zusammenfassend könnte man sagen, dass jeder dafür eigenständig zuständig ist, was denn von ihm gepostet wird. Jeder, der ein Bild von jemand anderem postet, ist dafür verantwortlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017